so es geht heute weiter mit gta san andreas und zwar machen wir was schönes heute bestimmt was schönes wir haben jetzt die auswahl zwischen bs bullshit weiter und speed oder das jetzt wieder keine ahnung von klingelt wir haben gar keine waffen doch ich habe keine waffen verdünftige waffen hier eigentlich bräuchte ich waffen aber ich muss ja gucken dass ich überhaupt da hinkomme also ich denke wir kriegen schon in die mission aber ich habe ich habe ich habe Das interessiert ihn gerade nicht. Was ist der denn, da oben? So, erledige ich, oder? Oh. Lass mich mal telefonieren. Ernsthaft? Das war nicht mal einer von der Mission. Das war einer, der random dazugekommen ist. Aber ich bin womit an dem... Ich bin womit an dem Dings... Super Aktion. Hat sich ja gelohnt. Nein, alles ist gut passiert. So, fahren wir mit der Karriere von Ryder. Schön. I love it. Solche Dinge. Das war nicht mal, wie gesagt, einer von unseren Leuten. Das war ein random guy. Der einfach da aufgetaucht ist, der Typ von denen. Civiltypen. Oder was auch immer. Von der Lande. Ja. Kacke. Mit wem möchte ich jetzt alle. So. Civil Boulevard. Können wir nicht so um die Wohnung von Sweets vom One Room Singles? Halt. Scheiße. Das hat eben besser geklappt. Das hat eben besser geklappt. Na gut. Dann machen wir das nochmal auf dem alten, bekannten Weg. Dann machen wir das nochmal auf dem altbekannten Weg. Den wir ja schon kennen. Fuck it. Das war natürlich total clever. Scheiße. Ja, ja, ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Noch rege ich mich nicht auf. Ich war bei Vice City auch ein paar Mal kurz davor, das Spiel abzubrechen. Muss ich zugeben. Das war ja die eine Mission mit der Seeschlacht. Die ging mir dann irgendwann auf den Senkel. Aber irgendwann haben wir es dann gekriegt. Zwar ein bisschen gefudelt, aber wir haben es dann gekriegt. Und wir haben das Game dann am Ende durchgezogen. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später in San Andreas. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nochmal da rankomme. Noch interessiert sie uns nicht. Aber ich glaube die... Jetzt. Jetzt haben wir es. Zumindest die Typen tot. Jetzt haben wir es. Schön ist, dass sie automatische Waffen haben. Das ist mein Bruder. Get a car. We'll meet you up front. Zog der Viertürer, um den Suite abzuholen. Das machen wir doch. Dann nehmen wir die Karriere, die richtig hier steht. Achso. Wegen der Freundin. Wegen der Perle. Scheiße. Verpiss dich jetzt von mir. Freunde, das Wetter macht auch nichts besser. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, dass ich jetzt zurückkomme in die Hood. So halbwegs zumindest. Ach, sie sind weg. Okay. Okay. Fertig. So. Dann haben wir das doch. Und wieder einmal ein bisschen wie das Bett dazugekommen. Jetzt haben wir noch weiter eine Suite-Mission. Immer noch Suite weiter und... Big Smoke. Wir machen weiter Suite, glaube ich, würde ich sagen. dann machen wir weiter Suite. Wenn wir grad dabei sind, schon. Sehr... Siehst du, wie Herr Balno. Ich weiß, was ich will sehen. Ich sage, was du sehen? Oh, was? Ein nicht guter, schrecklicher, hypocrite, Gangbanger zu mir, was ist richtig und was ist falsch? Ich weiß, süß. Ein Schuss zu töten, richtig? Aber ein Freund von der Südseite falsch? Ein paar Dinge nicht nur zu passieren. Ich meine, was wenn ihr Kinder habt? Leroy Hernandez? Das ist nicht gut, Frau. Sein Name ist Hernandez. Well, Leroy Lopez ist. Oder Lopes, du racistisch. Das ist nicht so, wie wir uns gegründet haben. Ich bin nicht racistisch. Ich weiß nur, wie sie sich über dich fühlen. Und look at dich. Du bist wie ein Hocker. Oh, and I guess you two would know what a Hocker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to attach you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead symbol. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. So, haben wir das doch. So, fahrt ihr wer schon im Velo field. Oh. Hätte ich mal ein Auto hätte. Dankeschön. Nehmen wir die Karre hier mit, die hier steht. Ich hab die Musik bewusst ein bisschen leiser gemacht, weil, äh, ja, da haben wir nicht quatschen. In K&B im Vice City haben wir das ja genauso schon gemacht. Ich find den Soundtrack extrem geil, wie gesagt, von San Andreas. Klar, auch bei City ist super geil. Aber ist es beim Quatschen immer ein bisschen schwierig, dann Musik zu hören. Dann mach ich da, wie ich privat im Auto sitze. Ja, ich höre tatsächlich privat in meinem Auto durchaus die alten GTA Soundtracks. Die gibt's ja alle bei YouTube und so. Ja, fahr doch noch langsamer. So, wo muss ich hin? Ach so. Oh nein. So, wo muss ich hin? So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. Zur Fahrt, da drückwärts, die Thule die Werkstatt. Warum? Und ja, ich höre gerne den Country Center. So, Lackierung. Okay, warum muss ich da 1.500 Dollar für zahlen? Das ist ja immer ne scheißegal, oder? So, dann nehmen wir die mit. Warum muss ich da für 500 Dollar löhnen? Ah, Autofahrer, warte mal. Ne, das soll was mal so sein, wie es ist. Dann fahr mal das Ding in grün. Auspuff auch nicht gerade. Räder, Autostereoanlage. Bassboost, geil. Gut, lass mal so sein, wie es ist. Fahr zu dem Lower-Triff. Ja, wir können, wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, unsere Autostune. So. Okay. So. Gut. Ja, ich kenne diese Mission. Ich glaube, auch hier mit dem Zug ist tatsächlich die Big Smoke Mission. Jeder kennt die Mission mit dem Zug. All you have to follow us. Äh, Dudu is follow the train. Wo wollen die Typen da von dem Dach schießen müssen? Die ist eigentlich gar nicht so schwer, aber die ist halt nervig. Apropos nervig. Diese Mission ist es auch. Ich hoffe, dass wir das auch so hinkriegen, beim ersten Mal. Halt die Frise. So, der Vorteil, dass wir hier eine Checkpoint-Speicherung haben, weil, äh, ich glaube, wir können da Dinge überspringen. Warte mal. Moinsen. So, you think you can, alright? Let's see what you can do? Yeah, show some promise. Adios. Peace out, homie. Mein Einsatz. 50. Vor allem, weil es Geld kostet. Das ist das Problem. Ah, nö, nö. Kam ja mit. Äh. Zu früh. Sehr gut. Äh. 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 Ich will mich nur gerade ein bisschen konzentrieren. Deswegen quatsche ich mal gerade weniger. Äh. 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 Ich zieh mal gerade gut dabei, aber da wird fast alles perfekt treffen und gut treffen. Es ist eigentlich kein Problem. Haben wir sie jetzt oder was? Ja, nice hopping, Holmes. Well, you just shook that one at us. Come here, baby, girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So children work out. I treat her good. No, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't the man. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo. And then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Come on. Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Orale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Luke, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes. I love your sister. I honor her. She's my girlfriend in life. This is why I stopped her from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. Kendo. She's happy with me, carnal. Okay. I guess we cool. For now. Cicero Vilpando. Carl Jask. Cicero. Cabron. You got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it in soon. Maybe. So. Immer in 100 Dollar und Geld. Cool. Wow. Hab ich gar nicht gesehen. Ich. Ja, ich habe das blöde Gefühl, wir werden verfolgt von dem scheiß Heli da oben. Also schon wieder ein Heli unterwegs. So. Äh. Big. Smoke. Würde ich sagen, dann in der nächsten Episode, liebe Leute. Oder? Ja, ne? Das kriegen wir doch. Aua. Ah, da kommen noch so viele geile Missionen. Ich bin jetzt mal froh, dass wir die Nummer weg haben. Weil so schwer war die jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Eigentlich war sie nur ein bisschen nervig. Aber nein, eigentlich überhaupt nicht. Wir haben sie hingekriegt. Wir haben sie beim ersten Versuch hinbekommen. Wir haben sie super gerockt. Äh. Von daher. Alles Wunderbärchen. Gut. Liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Bullshit oder Big Smoke. Tschüss. Tschüss. Schuss